Hallo, liebe Akada-Club-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video. Und diesmal machen wir so ein Last-Minute-Geschenk mit unseren Mac-Computern. Falls ihr Lust habt, könnt ihr mit einsteigen in eine wirklich fantastische Geschichte, die ich euch heute zeige. Und wir kombinieren das, was ich euch die letzten Monate hier immer vorgestellt habe, so im Bereich JetGPT, KI und was nicht allem. Ein bisschen Geld kostet das, was man macht, aber ist für ein Geschenk. Da kann man ein bisschen was investieren. Und wir gucken mal uns das Ganze an. Ich habe das hier in Pages schon mal vorbereitet. Das ist nämlich mein Buch mit 10 Hörbuch-Weihnachtsgeschichten. Und die sind hier zu sehen, einmal optisch ganz schön dargestellt. Und zum anderen habe ich dann hier oben das Märchen, was ich hier erzähle, oder die Geschichte, mit einem Sprecher versehen. Und hört euch mal selber die Stimme an von diesem Sprecher. Die verschwundene Weihnachtskugel. Es war einmal in einem kleinen Dorf, wo die Häuser mit Schnee bedeckt waren und die Straßenlaternen in der kalten Winternacht leuchteten. Im Haus der kleinen Mia war alles für Weihnachten vorbereitet. Der Baum war geschmückt, die Geschenke waren verpackt und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen zog durch die Luft. So, klingt doch super, als ob wir wirklich so einen Synchronsprecher hier engagiert haben. Aber, ich sage es gleich vorweg, ist alles KI. Und das nutzen wir jetzt aus, um eine eigene Weihnachtsgeschichte zu kreieren. Das könnt ihr als Last-Minute-Geschenk, als E-Book dann noch verschicken. Oder ihr bastelt andere Sachen, was euch immer auch einfällt. Das könnt ihr auch schon für Ostern was vorbereiten. Aber ich zeige euch, wie das Ganze geht. Nehmt euch am besten einen Kaffee und einen Tee. Es dauert ein bisschen, bis wir so weit sind, dass das hier auch zu hören ist und alles fertig ist. Aber wir gehen Schritt für Schritt alles durch. Und wir starten in Pages, der kostenlosen Software von Apple. Mit Command-N öffnen wir ein neues Dokument und wählen ein Layout-Dokument aus. Falls ihr noch eine Version habt, wo das nicht geht, dann könnt ihr hier auf Dokumente anschließend klicken. Und diesen Hack nehmen müsst ihr weg. Und dann seid ihr nämlich im sogenannten Layout-Modus von Pages. Ja, was wir jetzt brauchen, ist eine schöne Grafik. Das Titelbild unseres Buches, das machen wir später. Wir machen jetzt erstmal die erste Geschichte. Wir brauchen also ein Bild für die Geschichte. Wir brauchen die Geschichte selber. Wir brauchen Bilder für die Geschichte. Und anschließend brauchen wir dann jemanden, der die vorliest. Und das Ganze machen wir jetzt mal in so einer kleinen Version, dass wir jetzt nicht so ein riesen Buch schreiben. Aber dann habt ihr eine Ahnung, wie das geht und könnt das dann selber auch ergänzen um weitere Seiten, längere Texte und so weiter. Und ihr müsst natürlich auch nicht von ChatGPT jetzt irgendeine Geschichte nehmen. Vielleicht habt ihr ja was Eigenes geschrieben oder habt Lust, noch was Eigenes zu schreiben. Dann könnt ihr die Geschichte natürlich hier einbauen. Egal wie, wir brauchen ein schönes Weihnachtsbild als Hintergrund und das erzeugen wir uns mit ChatGPT. Ihr könnt natürlich auch eine andere Software benutzen. Ich hatte ja auch Playground AI schon euch vorgestellt, wo ihr kostenlos AI-Bilder machen könnt. Aber ihr werdet gleich sehen, ChatGPT in der Version 4 kann Bilder malen und hat einen riesen Vorteil, wenn wir das jetzt gleich machen, weil es zu den Geschichten auch die Bilder erfindet. Dazu muss man ChatGPT allerdings kaufen. Das kostet im Monat 20 Euro. Ein bisschen mehr mit der Mehrwertsteuer noch. Wird dann automatisch auf verlängert. Man kann das aber jederzeit kündigen. Also ihr könnt direkt nach dem Kauf das Abo kündigen. Dann habt ihr ChatGPT für einen Monat. Und die 20 Euro ist alle Male wert, wie ich finde. Und vielleicht wollt ihr das ja auch weiter nutzen. Also einen günstigeren Mitarbeiter, der das alles für euch macht, könnt ihr kaum finden. Wir brauchen jetzt erstmal das Titelbild. Und das machen wir jetzt. Ich sage dem, erstelle eine Grafik im Hochkantformat. Wir müssen nämlich das Format angeben, wie wir das gerne hätten. Mit einer verschneiten Weihnachtswelt. Das ist so das, was wir gerne als Hintergrund in unser Buch einfügen wollen, damit wir so eine schöne, passende Geschichte dazu erzählen können. Aber das ist nicht die Geschichte, sondern wie gesagt nur das Hintergrundbild. Je nachdem, wie überlastet ChatGPT jetzt ist, dauert das mehr oder weniger länger oder auch mal kürzer und geht auch schneller mit der Bildkreation. Manchmal bricht es auch ab. Da muss man einfach nicht aufgeben, sondern es nochmal versuchen. Aber am Ende werden wir jetzt gleich ein schönes Bild bekommen. So, gucken wir mal. Mannen, was da ist. Sieht super toll aus. Passt absolut zu unserer Weihnachtsgeschichte. Können wir direkt hier über Download herunterladen. Ist in unseren Download-Ordner. Und damit gehen wir direkt in Pages und fügen das quasi hier über Medien auswählen aus dem Download-Ordner direkt hier rein. Und damit haben wir hier diese schöne Hintergrund-Grafik, die wir jetzt, wenn wir hier nochmal so ein bisschen die Größe verändern, entsprechend auf der Seite platzieren können. Falls euch das jetzt alles zu schnell geht, es gibt ja auch einen tollen Einsteiger-Kurs zu Pages, wo ich das dann im Detail erkläre. Da geht es heute jetzt nicht so sehr drum, aber erst mal um das, was wir hier so machen. Und wem das, wie gesagt, zu schnell geht, da gibt es diesen Einsteiger-Kurs. Ja, toll. Guckt mal. Das sieht ja richtig toll aus, was wir da als Grafik haben. Das ist der Hintergrund für die Geschichte. Und die platzieren wir auf einer abgerundeten Form. Dazu werden wir hier einfach diese Form an, die wir hier rein platzieren. Und ja, da werden wir hier oben mal diese Rundung verändern. Und wir wollen die Form auch ein bisschen anpassen. Die soll nämlich zum einen weiß sein, und dann soll sie in der Deckkraft auch ein bisschen durchscheinen. Wir wollen ja das schöne Bild auch noch sehen und trotzdem den Text auflesen können. Und das haben wir hier quasi mit so einer milchfarbenen und glasartigen Form gemacht, die da drüber liegt. Super. Jetzt brauchen wir eine schöne Weihnachtsgeschichte. Erfinde eine Weihnachtsgeschichte für Kinder. Das ist immer wichtig, dass man mal so ein bisschen dahinter schreibt, für welche Zielgruppe das Ganze gedacht ist. Und dann gucken wir mal, ob JetGPT uns da jetzt was hinschreibt. Und da kommt das magische Rentierglöckchen. Klingt schon mal ganz lustig. Und da ist auch dann die entsprechende Textgestaltung dazu. Es war einmal im kleinen Dorf, tief versteckt in den verschneiten Bergen, ein mutiges Mädchen namens Lena. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor. Es kommt in der Regel immer ein sehr schönes Märchen dabei raus. Eine schöne Geschichte, passend. Und das nehmen wir jetzt erst mal zum Anlass. Wie gesagt, ihr könnt ja, wenn ihr kreativ seid, auch eigene Texte schreiben lassen. Aber ich habe festgestellt, die Geschichten, die da rauskommen, die interessieren Kinder tatsächlich so ein bisschen. Ich finde die ganz lustig. Und warum nicht? Kann man ja damit machen. Lest ihr euch allerdings nochmal durch. Manchmal sind die auch ein bisschen merkwürdig, so zum Ende hin. Bisschen merkwürdig geschrieben. Aber egal. So, und hier wird die Geschichte. Und die Geschichte geschrieben, die ist jetzt sehr lang. Und diese Geschichte vermittelt mit Kindern die Werte von Mut, Hilfsbereitschaft und dem Glauben an der Magie der Weihnachtszeit. Na ja gut, okay. Das ist die Zusammenfassung. Wir nehmen den Text dieser Geschichte in die Zwischenablage mit Command C und gehen rüber hier in Pages. Und wenn wir jetzt Command V drücken, dann kommt die Formatierung von der Webseite mit rein. Deswegen drücken wir eine komische Tastenkombination, nämlich die Umschalt-Taste, die Option-Taste, die Command-Taste und dann V. Dann bekommen wir nämlich den Text, den wir gerade in der Zwischenablage haben, ohne eine Formatierung hier rein. Und da ist er. Und den brauchen wir jetzt nur entsprechend groß zu ziehen und entsprechend ein bisschen anpassen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass man den hier auch noch lesen kann. Also A würde ich immer versuchen, mit ein bisschen anderen Schriftsatz oder Schriftarten zu experimentieren. Dann ruhig was größer machen. Bleibt da nur bei einer einheitlichen Größe. Wenn die Texte nachher ein bisschen länger sind und passen nicht auf eine Seite, müsst ihr entweder zwei Seiten draus machen oder ihr ändert eben komplett den Text nochmal für die anderen Märchen. Und da macht es Sinn, immer mit diesen Absatzstilen zu arbeiten. Also ich sage jetzt hier zum Beispiel, das ist der Märchentext, damit wir den dann immer auch als Font haben. Und alles, was Märchentext nachher heißt und geändert werden muss, ist dann mit einem Tastenglick geändert. Wie gesagt, das erkläre ich aber in diesem Pages-Einsteiger-Kurs, wie diese Absatzstile funktionieren. Okay, wenn das dann nicht gut lesbar ist, dann kann man hier noch die Deckkraft verändern, sodass wir das hier gut lesbar hinbekommen. Es fehlt noch die Überschrift. Die holen wir uns hier auch, weil wir faul sind, einfach rüber. Das magische Rentier-Glöckchen. Und auch hier mit dem gleichen komischen Tastengriff kopieren wir uns das hier als neues Textfeld rein. Da oben ist es. Und geben dem auch den gleichen Zeichensatz, Schriftart, Stil kopieren, den anklicken, Stil einsetzen. Die mag, das geht ruckzuck. Ein bisschen fett, ein bisschen groß. Und das Ganze hier auch nochmal direkt mit einem anderen Stil. Das ist die Märchenüberschrift. Direkt so einen Stil vergeben. Macht sehr viel Sinn, wenn man es nachher versucht zu ändern. Und das ist im Grunde genommen unser Märchen. Es fehlt noch was. Es fehlen nämlich Bilder zu dem Märchen. Dann kommt wieder was mit der Formatierung. Aber jetzt gucken wir nochmal. Wir gehen zurück in ChatGPT und sagen, ChatGPT erstelle dazu zwei Bilder. Und jetzt muss er natürlich tatsächlich gucken, zu was muss er da eigentlich zwei Bilder erstellen. Er sieht die Weihnachtsgeschichte. Er muss jetzt ein bisschen prioritisieren, was davon wichtig ist und was da aus dem Bild werden kann. Und muss den Pomp schreiben, den wir ja normalerweise bei diesen KIs schreiben. Aber das macht ChatGPT jetzt hier selbstständig. Er weiß also jetzt, wie er diesen Prompt zu schreiben hat. Und manchmal passt es nicht, aber größtenteils passen die Bilder, die er dabei jetzt raushaut. Und die können wir jetzt gleich noch einbinden. Da können wir kurz drauf warten. Ich habe festgestellt, wenn man das Browserfenster verlässt, dann macht er irgendwie nicht weiter. Man muss also so ein bisschen in diesem Fenster bleiben. Und mal gucken, ob er auch zwei Bilder macht. Manchmal kam immer nur eins erstmal raus. Ja, aber das sieht auch richtig witzig aus. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Und guckt mal, er fängt direkt an, das zweite Bild zu machen. Und es passt zu dieser Geschichte, das Bild. Das ist dieses Mädchen Lena und das Ren-Tier Rudi, was da in der Geschichte auch vorkommt. Und wir warten noch das zweite Bild ab. Und mit zwei Bildern reicht uns das Ganze, das einzufügen. Und dann haben wir eine wunderschöne Bebilderung zu unserem Text. Und gerade das wirkt auf Kinder besonders toll, weil das eben so gut passt. Ja, gucken wir mal. Augenblick brauchen wir noch für das zweite Bild. Ihr merkt aber, wie einfach das Ganze geht und wie schnell kreiert das Ganze ist. Jetzt hoffe ich, bricht er hier an der Stelle nicht ab und haut das zweite Bild noch raus. Wir gucken mal. Ja, und da kommt es tatsächlich noch. Hier sieht jetzt ein bisschen anders aus mit den Tieren. Da könnte man jetzt auch nochmal hingehen und sagen, pass auf, macht das nochmal ein Anders. Aber wir leben jetzt damit, dass es dieses Bild geworden ist. Sonst sagt ihr, erstelle zwei neue Bilder und dann kriegt ihr nochmal zwei Bilder. Und die wollen wir einfügen. Und zwar diesmal auch so ein bisschen schön in so eine Form. Nicht einfach so platt, viereckig da rein, sondern wir benutzen diese Form hier, um so eine abgerundete Bildergeschichte hinzubekommen. Und jetzt können wir hier aus dem Download-Ordner, den wir hier unten haben, einfach dieses Bild da reinschieben. Und ihr seht, dann kommt hier so eine komische Maske, wo man das noch so ein bisschen verschieben kann, dass es da in die Form passt. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass wir es da wunderbar auch reinbekommen, sodass der Grafik innerhalb drin ist. Bisschen schwer zu sehen, aber im Endeffekt haben wir so einen schönen, abgerundeten Rahmen dafür unser Bild. Und der Text, der fließt hier auch schon wunderbar drumherum. Und so könnt ihr überlegen, ob ihr hier anfangt oder wo auch immer. Und das Gleiche machen wir nochmal. Command-C, Command-V. Und dieses Bild hier, das können wir in der Form hier oben über Bild ersetzen, ersetzen. Dann gehen wir in den Download-Ordner. Und das Letztere war dieses Bild. Das fügen wir hier einfach ein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es hier nochmal mit Doppelklick anklicken und was größer machen, den Ausschnitt verändern. Je nachdem, was ihr da für ein schönes Bild haben wollt. Und setzt das hier unten zum Beispiel hin. Ihr könnt das ein bisschen größer machen. Und dann kriegen wir hier über die Information, auch die Breite. 6,62 ist es groß. Wir machen das dann genauso groß, auch 6,62. Und dann passt sich das an. Und ihr seht, der Text ist jetzt ein bisschen groß. Dann müssen wir hier doch wieder in der Schrift etwas kleiner gehen, damit wir hier diesen Text auch wunderbar auf die Seite bekommen. Aber das ist alles jetzt so ein bisschen rumschieben und anpassen. Und im Endeffekt steht hier diese Geschichte schon da. Und ihr könnt nochmal hier am Bild noch vielleicht so einen Schattenwurf, so einen Schlagschatten reinbauen. Sieht immer gut aus. Da hat man da nochmal so ein bisschen dreidimensional das Ganze. Kann man auch für den Rahmen hier nochmal machen, dass wir dem hier auch nochmal so einen wunderschönen Schatten geben. Na, hier ist der Schlagschatten. Aber, Achtung, dann seht ihr, kriegt er da so einen Schatten auch in die Innenfläche. Lass mal lieber weg. Also da macht der Schatten nicht so viel Sinn. Ich habe mal gemerkt, man kann so einen Kontaktschatten nochmal, dann hat man den hier unten drunter liegen und der geht nicht in die Grafik mit rein. Das liegt daran, dass die Deckkraft eben von dieser Form runtergesetzt worden ist und der Schatten dann hinter dieser Form noch irgendwie mit reingezeichnet wird. Ein bisschen unschön. Aber wunderbar. Alles ist da, was wir haben wollen. Das Einzige, was fehlt, ist dieser tolle Sprecher. Und da gehen wir jetzt auf so eine Webseite, die ich euch auch schon vorgestellt habe. Die heißt nämlich Eleven Labs. Und dort kann man so eine Stimme sich in der Voice Library auswählen. Und die, die ich hier habe, die heißt Valentin. Und die wählt man hier im Grunde genommen aus. Die sucht man hier. Könnt ihr oben in dem Suchfeld Valentin eingeben. Dann sollte die eigentlich auch kommen. Ich drücke mal Enter. Und das ist der Vorführeffekt, wie man es so kennt. Dann kommt sie nicht. Warum auch immer. Nur gucken wir mal. Und sie will einfach nicht kommen. Dann müsst ihr sie halt tatsächlich hier so per Hand quasi suchen. Irgendwo ist er hier dabei. Da Valentino, glaube ich. Vielleicht ist er das sogar. Vielleicht habe ich mich tatsächlich da auch verschrieben. Und es war. Wir können hier mal das Sample hören. Ich habe mich da einfach vertippt. Du musst hier Valentino auch eingeben. Und ich denke mal, dann wird er hier auch angezeigt. Nö, wird er nicht. Also ist die Suche hier irgendwie ein bisschen komisch auf Eleven Labs. Macht aber nichts. Den wählt ihr auf jeden Fall aus. Und den könnt ihr hier dann hinzufügen. Hier Add to Voice Lab. Es gibt auch eine kostenlose Möglichkeit, das erstmal zu testen. Aber da sind die ausgegebenen Wörter oder Zeichen sogar nur 5000 Zeichen beschränkt. Da kriegt man so ein Märchen vielleicht mit hin. Aber wenn man den ausgewählt hat, dann kann man anschließend hier unter Voice Lab mit dem Arbeiten. Ihr seht, da habe ich ihn. Und dann kann ich sagen Use. Und jetzt muss ich hier meinen Text rein kopieren, den er sprechen soll. Und das machen wir jetzt mal. Und kleiner Tipp. Der war ja eben in Englisch zu hören. Trotzdem ist die Stimme jetzt gleich mit dem deutschen Text auch Deutsch. Aber der spricht manchmal so ein bisschen britisch. Und irgendwann an irgendwelchen Worten im Märchen kann es sein, dass der kippt und dann plötzlich ins Englische reingeht. Dann muss man hier mal mit diesem Multilingual arbeiten. Das habe ich festgestellt, wenn man das dann auf dieses Version 1 stellt, passiert das nicht so häufig. Und in der Version 2 passiert es häufiger. Vielleicht kommt ein Update, dass das weg ist. Ich nehme diesen Text, kopiere den hier rüber und nehme noch hier oben die Überschrift mit rein. Die wollen wir auch haben. Und dann war es das. Und ich würde sagen, wir gucken mal. Oh, hier sind noch so ein paar Rechtschreibfehler. Da sollten wir nochmal gucken. Auch JGPT ist nicht perfekt. Eine große Schneesturm. Hatte das ganze Dorf. Da steht natürlich ein großer Schneesturm. Also deswegen, ich gehe hier mit so einer KI nochmal drüber, die auch die Korrektur lest. Da müsstet ihr nochmal schauen, ob ihr das nicht dann nochmal per Hand korrigiert und lest. Natürlich müssen wir dann aufpassen, den Text, den wir hier gerade geändert haben, den haben wir natürlich nicht in unserer Pages-Datei geändert. Und da müssen wir das hier noch machen. Ein großer Schneesturm hatte das ganze Dorf eingeschnallt. Aber das war's. Wenn der Text irgendwann stimmt, drücken wir hier auf Generate und dann dauert es eine Zeit lang und dann liest er diesen Text vor. Und wir gucken mal. Ich lasse ihn jetzt wirklich mal ablaufen, dass wir die Geschichte hören, ob der sich da jetzt verplappert in dieser komischen KI oder ob das funktioniert. Ich habe diese Sache hier gekauft. Auch das ist nicht so teuer. 11 Dollar habe ich hier reinwerfen müssen als Geld, um 100.000 Zeichen zu kodieren. Und ihr seht, ich habe das für das ganze Buch gemacht. Das magische Redenblöckchen. Es war einmal in einem kleinen Dorf, tief versteckt in den verschneiten Bergen, ein mutiges Mädchen namens Lena. Lena liebte Weihnachten über alles. Aber dieses Jahr war anders. Der Dorfplatz, hell erleuchtet und fröhlich, keine Angst, der macht schon weiter, lag traurig und dunkel da. Ein großer Schneesturm hatte das ganze Dorf eingeschneit. Eines Abends, als Lena gerade dabei war, ihr kleines Zimmer mit selbst gebastelten Sternen Er braucht dann, du kommst, keine Angst. Hörte sie ein leises Glöckchen. Es klang so anders, so magisch. Lidner folgte dem Klang nach draußen, hinein in den dichten Schneefall. Und da hat er das Komische gesprochen. Das Glöckchen hörte sich zu einem kleinen, verirrten Reden. Lena oder sowas. Dann müsst ihr vielleicht den Text nochmal ändern. Sie folgte dem Klang nach draußen. Das hörte man ja auch schreiben können. Also ein bisschen zuhören, wie er das spricht. Und dann vielleicht den Text dahingehend nochmal anpassen. Das Rentier trug ein goldenes Glöckchen um den Hals, das in der Dunkelheit funkelte. Lena erkannte sofort, dass dies kein gewöhnliches Rentier war. Es war eines der Rentiere des Weihnachtsmanns. Das Rentier, das... Keine Angst. Wir müssen darauf warten, weil wir das zum Blaulut brauchen. ...dass es vom Schlitten des Weihnachtsmanns gefallen war und nun den Weg zurück nicht finden konnte. Lena beschloss, Rudi zu helfen. Zusammen machten sie sich auf den Weg, den Weihnachtsmann zu finden. Auf ihrer Reise durch den verschneiten Wald... Und ich warte immer noch, dass hier unten der Download-Button kommt. Man muss wirklich warten, bis er das kodiert hat. Und da hört man sich das Märchen. ...und sogar ein freundlicher Bär schlossen sich ihrer Suche an. Schließlich, nach einer langen... Ah, und jetzt gucken wir mal wieder, ob er noch weitermacht. Macht er in der Regel. Hören wir auf. ...die freundlichen Reise fanden sie den Schlitten des Weihnachtsmanns, der auf einer kleinen Lichtung gelandet war. Der Weihnachtsmann war so erleichtert, Rudi wiederzusehen und dankte Lena für ihre mutige Hilfe. Als Dankeschön... Ja. ...Nachtsmann Lena das magische... Keine Angst dabei. Er erklärte, dass dieses Glöckchen immer dann läuten würde, wenn jemand Hilfe brauchte. Lena kehrte als Heldin in ihr Dorf zurück und mit dem Glöckchen brachte sie... Licht und Freude. Hoffentlich. Mal gucken. ...freude zurück in die Herzen der Dorf... So, jetzt sieht er, er hat es hier umgeschaltet. Der Produkter ist, wenn er geht noch weiter. ...Lena das Glöckchen... Mit seiner Magie erfüllte sich der Weihnachtstraum eines jeden im Dorf. Und so wurde das kleine Dorf in den Bergen bekannt als der Ort... Das können wir jetzt abbrechen. So, also da muss ich darauf warten, dass er den ganzen Text kodiert und spricht und dabei hört man eben auch, ob Aufsprachfehler drin sind oder andere Sachen nicht in Ordnung sind und dann muss man vielleicht den Text noch mal ein bisschen anpassen. Immer dann hier in der Vorlage und nachher in eurem eigentlichen Märchentext auch. Aber irgendwann ist es fertig und dann könnt ihr hier auf diesen Download-Button klicken und habt jetzt dieses MP3-File. Und das können wir jetzt hier einfach einfügen, indem wir sagen Medien auswählen und dann können wir dieses MP3, was wir hier gerade haben, hier oben einfach einfügen. Und können wir hier hinstellen an diese Stelle. Achtung, wenn ihr es hier zu weit an die Seiten macht und nachher so ein E-Book daraus macht, damit blättert man immer an den Seiten. Und deswegen kann man dann den Lautsprecher nicht anklicken, das Symbol nicht anklicken. Ich hatte mir deswegen angewöhnt, das hier ein bisschen größer zu machen und das hier drüber zu setzen. Ihr könnt es leider in der Größe nicht verändern, aber irgendwo einen schönen Platz finden, wo es in der Mitte ist. Und dann kann man es anklicken. Das magische Rentier. Und schon wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Also eine super Sache. Ihr könnt natürlich auch hier hingehen unter Medien, Audio aufnehmen und die Geschichte selber lesen, wenn ihr es persönlich haben wollt. Aber ich finde diese Märchenstimme besonders toll. Und dazu die Bilder hier unten, wie die alle zurückkamen. Es passt einfach. Und damit habt ihr die erste Seite eures schönen Hörbuchs fertig und könnt jetzt die nächste kreieren auf die gleiche Art. Das macht wirklich eine Menge Spaß. Es ist sehr kreativ von der Gestaltung hier, vom Texte schreiben. Ehrlich gesagt nicht. Es hat ChatGPT geschrieben, aber die Geschichten sind tatsächlich für Kinder ganz interessant. Ich habe es hier meiner Nachbarschaft mit ein paar Kids getestet und die sind sehr fasziniert gewesen. Und es ist natürlich schon eine schöne Sache, so ein kleines Buch zu kreieren und dann vielleicht kurz vorm Heiligabend nochmal bei ein bisschen Schnee so ein paar Geschichten zuzuhören. Also könnt ihr machen. Ihr könnt aber auch mit den Sprechern, die da sind, ganz spannende Krimis schreiben. Zum Beispiel wirklich eine gruselige Geschichte oder einen ganz spannenden Krimi euch kreieren, selber schreiben oder schreiben lassen und dann eben vertonen lassen. Und schon habt ihr einen richtigen Profisprecher, den man sonst für teuer Geld kaufen muss und in ein Synchronstudio gehen muss, um das einzusprechen. Das habt ihr alles hier und es klappt wunderbar. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne auf den Daumen nach oben. Dann bekommen andere auch dieses Video zu sehen bei YouTube. Ihr könnt den YouTube-Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos, die auch weiter sich mit KI beschäftigen. Und das Glöckchen könnt ihr anklicken, damit ihr diesen Hinweis auch bekommt, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Ich wünsche euch viel Spaß beim kreativen Arbeiten. Und wenn ihr mal selber schaut, viele von euch sind schon lange Zeit im Club mit dabei und schaut mal selber euch an, welche Entwicklung ihr vielleicht mit mir zusammengenommen habt. Was wir mittlerweile hier auf unseren Computern kreieren können, ist eigentlich unfassbar. Vor genau einem Jahr war das nicht möglich. Da gab es ChatGPT noch gar nicht so richtig auf dem Markt. Und heute sind wir in der Lage, ganze Hörbücher zu kreieren mit passenden Bildern. Und die sehen auch noch alle toll aus und die Geschichten hören sich auch noch toll aus. Also es bleibt ja wirklich spannend, was da in den nächsten Jahren noch was hinzukommt. Aber die Entwicklung, die wir hier gerade alle mitmachen, die ist gewaltig und toll. Macht einfach Spaß. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns wieder. Bis bald.